Willkommen zu einer neuen spritzigen Runde von Savario und zwar auf der Map School und es regnet wie Sau aber das ist nicht so schlimm wir spielen nicht einfach ja ich hab was vergessen, den machen wir mal schnell an so und weiter geht's hier so A hätten wir eingehen ok da ist ein Sniper ok der hat mich mal Granate schmeißen da hin hier hab ich hier könnt ihr nicht einfach durchrennen ist nicht so wie bei Call of Duty aber bitte für diese Rotz Games wir müssen da ein bisschen denken weil ich jetzt schwüle ok den haben wir trotzdem noch hab ich sehr schön und man hat hier nie einen Einfluss ob man das Spiel gewinnt oder nicht oder verliert kannst du hier nicht beeinflussen da ist ein Sniper den hab ich schon gesehen da ist ein Sniper den hab ich schon gesehen weil das müsste halt ein bisschen taktisch machen ach shit na 6 0 4 0 dieser BS BF Squad sieht bisschen nach hurt aus und wird auch ein schieb sein auf jeden fall also töten kann man sagen auf jeden fall die holen ist natürlich sofort weg ok könnten ja mal versuchen weil auf a sind sie alle scharf anscheinend ja sonst ist das spiel einwandfrei da kann man nicht durch da ist eine anomalie ja ob das einnehmen können bezweifel bezweifel hier holt uns gleich eh nah weg bestimmt ach komm ey diese scheiß sniper campers äh kannst du voll vergessen hier alter da das müssen wir da einfach mal nehmen ok nicht erwischt oh fuck den stimmt irgendwas nicht 11-2 schiss drauf der scheiß nade alter schmeiß mir noch die nade am kopf hier ey boah 10% erst ey ei 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 Töten Trophin Töten Trophin Geil naja was solls Rennen wir mal hier lang mhm da kommt nach vorne links hätte ich schon eh lang riensehen Punkte sind wichtig, Punkte, Punkte Ah, den hat er noch erwischt, weil Schnelle Hände, schnelles Ende hier Nein, diese scheiß Anomaline, Alter Ja, ja, kühl mich, ey Noch stehen wir um Ne, das sieht gut aus, also für mich Na, komm Ach, äh, dann finde ich eine Waffe Uch, die Runde verlieren wir Dann ist man sich schon auf jeden Fall sicher, dass man nicht verliert Danke fürs Reinrennen Treffen, töten Töten, treffen Geht man gleich drauf, ey Da hab ich nicht besser gezielt Passiert Das ist ja noch auf oben, das ist nicht ideal Scheiß Anomaline, ey Da drin ist bis bald Ah, bin ich ein Zwiegerisch Ah, kriegen wir die Teile noch runter Ah, keine Punkte, schade Naja, auf jeden Fall war es auch eine geile Runde Ah, schade, kurz für ihn hätte ich noch Punkte machen können Nicht so schlimm, was haben wir denn hier Oh, Blüchterhandschuhe, okay Nehmen wir einfach mal das hier Oh, geil So ein Spotzeichen, natürlich sehr geil Willen wir uns dann auf jeden Fall Geschmack ranklemmen Dann machen wir ein Bildchen, zack Ah ja, geht doch Dann würde ich sagen Ziehen wir das hier noch schnell rauf Das machen wir raus Und das neue Ey, das wird ja raus, ey Und das neue setzen wir ein Können wir euch auch größer machen Oh, das macht das hinten an der Jacke Warte mal Das machen wir mal schnell Hier, die Sonne machen wir mal aus Das klemmen wir mal darin Was ist das nicht für Dings Ja, zeig doch Klemmen wir uns dann hier so ran Wunderbar 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 Wunderbar